So, hallo, Video Nummer 2 für heute. Wir sind gerade aus einem Tal gekommen, fürchterlich bewölkt. Das war nicht so schön, ich habe ein paar Bilder gemacht, ich kann mir ein paar Bilder schicken. Und dann sind wir jetzt, ich weiß nicht, fünf Minuten durch den Tunnel gefahren. Ja, naja, ein paar Minuten sind wir durch den Tunnel gefahren. Der ist hier oben, kommt er raus. Und man kommt raus und auf einmal blauer Himmel und eine wunderschöne Kulisse. Hammergeil und unser Fahrer ist super geteilt mit der Musik und Tusch und wir waren da, richtig geil. Habt einen schönen Tag, viele Grüße aus Milfern Sound. Danke. Danke.